Stell dir mal vor, du wärst blind. Stell dir vor, alle Menschen auf dieser Welt wären blind. Wie würden die Menschen sich wohl verlieben? Was wäre in diesem Moment von der Wichtigkeit her? Der Maßstab für eine Partnerschaft. Sind es die Worte, wie jemand redet? Ist es die Einsamkeit, die dann entscheidet, ob man zusammenfindet, weil man in einem Nichts existiert? Ein Nichts, das keine Farben kennt? Kein Licht, kein Schatten, sondern nur die Stimme eines anderen Geistes hört? Warum tun wir auf dieser Welt so entscheiden nach Maßstäben, die uns vorgelebt werden für eine Partnerschaft? Warum ist es so von Bedeutung, ob jemand Geld hat oder nicht? Warum ist derjenige, der sich für einen anderen interessiert, so daran interessiert, ob der andere Geld hat oder nicht? Würde wahre Liebe existieren, wäre es egal, ob derjenige Geld hat oder nicht. Wie ist es mit einem Blinden? Der Blinde interessiert sich nicht für diese Dinge. Der Blinde interessiert sich für denjenigen, der eine Stimme hat und der sich mit diesemjenigen unterhält. Ihnen interessiert kein Statussymbol. Ihnen interessiert auch nicht, welche Wohnung du besitzt oder welches Auto du fährst. All diese Dinge spielen keine Rolle. Also warum habt ihr euch so einnehmen lassen von Dingen in dieser Zivilisation, die euch vorschreiben, indirekt wie ein Gesetz, wie ihr euch verlieben sollt und Maßstäbe daraus zieht? Warum kannst du diesen selben Maßstab, den du hier anwendest, zum Beispiel nicht anwenden in Afrika in einem Urstamm? Dieser Urstamm kennt es nicht, Mieten zu zahlen, geschweige irgendwelche Statussymbole zu besitzen, sondern es zählt der Mensch. Ich wünschte mir, der Mensch würde anders da wieder handeln und sich von dieser modernen Welt abkapseln und zurück zum geistigen sagten wir uns vor sie nicht machen. – Wenn ich her Shawnenсли